Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich spiele heute mit Schwetschke 90. Ein PSN-Freund von mir, Team Deathmatch, auf der wunderbaren Map Terminal. Jetzt sehen Sie mit dem Vergeltung-Abschluss-Serie, den letzten Find, der sie ausgeschaltet hat. Ja, wir spielen Terminal, wie schon gesagt. Controller ist auch schon bereit hier. Aufgeladen, wie sich das gehört. Nun ja, wir nehmen auf jeden Fall, ja, die Striker, das Gropchen, Fingerfertigkeit, Bro, Hardliner, Stalker, kommt natürlich auch in den wunderbaren Rucksack hinein. Das ist optimal für Ding, für Terminal. Ist sowieso immer verwinkelt und alles, was verwinkelt ist, ist immer gut für eine Shotgun. So, jetzt wollte ich mich gerade auf den Boden legen und da wurde ich schon von der Sniper erwischt. Das ging relativ schnell, die ganze Sache. So, da ist mein PSN-Freund, Schwetschke 90. Moin. Und jetzt gehe ich einfach mal nach vorne hier, mit der Granate natürlich, schmeiß die hin. Schmeiß vielleicht noch einen Flashbang hin, um den Gegner vielleicht zu blenden. Und wenn der Gegner geblendet ist, kann ich in den Raum hier rein. Und, oh, jetzt dachte ich, da hätte sich jemand versteckt. So, 100 Punkte habe ich immer noch bekommen. Jetzt kann ich meine Striker sicher und präzise durchladen. Und, naja, hätte ich lieber dieses Visierding da genommen, diesen komischen Helm, der mich vor Sprengstoff schützt, dann hätte ich das vielleicht überlebt. So, jetzt bin ich ja in diesem wunderbaren kleinen Räumchen, in dem Kämmerchen, wo auch gerne mal Feinde hocken. Naja. Vorsicht, links musst du aufpassen. Aus dem Kaschmiri-Dings-Boomster Hat's mich erwischt. So, gut. Gucken, links. Ne, das ist ein Freund. Schöne Musik. So, da vorne ist, glaube ich, ein roter Punkt. Und da ist einer! Sicher, ich habe mir das Striker ausgeschaltet. Nochmal gucken, ob hier kein Booster hockt. Oh. Ach, Mann, ich wollte mich gerade auf den Boden legen. Das wäre absolut meine Rettung gewesen. So, jetzt schauen wir mal. Wow, das Schwetschge 90, errobt das komplette Game, hat schon neun Abschlachtungen und ist gerade mal dreimal gestorben. Schaut es euch mal an. Wahnsinn. Tapfen wir bitte durch. Dankeschön. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen auf jeden Fall eine Granate. Schmeißen die. Schmeißen die nach vorne. Oh. Ich habe ihn schon gesehen, den Sniper-Schützen. Konnte aber nichts mehr machen. Scorpion ist eingepackt. Machen wir einen kleinen Dreck hier. So. Ich habe nämlich schon gewusst, dass der da ist. Oh, Mann, das ist nichts geworden. Das ist gar nichts geworden. So, Skorpion einpacken. Aber diesmal greife ich mit der Granate an, das steht schon mal fest. So. Stift ist gezogen. Hier, für dich. Oh, hat nichts mehr gebracht. Schade, schade. Ja, ihr seht schon, der Schwetschge 90, der macht die anderen Gegner ja richtig fertig. Schaltet die richtig professionell aus, wie sie das gehört. Finde ich richtig cool. So, jetzt nehme ich die Skorpion. Guck doch mal. Lage ist frei. Jetzt kann ich nach vorne huschen. Und kann von hinten angreifen, weil diesmal werde ich den Gegner ausschalten. Oh, Mann. Blöde Sniper-Schützen überall. Glaubt man gar nicht, dass die überhaupt hier schießen können, bei so kleinen Maps. Aber ihr seht, die können das. So. 250 Punkte, Zahltag. Boah, schon wieder mal der Sniper ausgeschaltet. So. Heli ist am Himmel. Oh. 100 Punkte. Ja, jetzt habe ich eine Konterdrohne bekommen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht gleich. So. Einen Kill brauche ich noch. Da bekomme ich was Cooles. Ja, da hast du mich wohl nicht erwischt. Oh, da ist er. Seht ihr ihn? So, ich habe genug Shotgun-Munition, um noch was zu reißen. Komm, das schaffe ich. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. 150 Punkte, jetzt bin ich schon ein Fernkämpfer. Oh, mein Gott. So, schön auf den Boden legen. Hat alles nichts mehr gebracht. Aber die Konterdrohne, die besitze ich. Und das ist schon mal gut. So. Weiter geht's hier durch die Traube. Unser Team ist gerade am Gewinnen. Voll cool. Und natürlich mit der Striker ausgeschaltet. Granate kommt natürlich auch hinterher. So gehört sie das. Ja. So, weiter geht's. Oh. Schaut euch das mal an, den Alex, Alex T. Kessi. Mann, 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 Mann. So. Draußen wird gerade mit dem Kärcher rumgeschrubbt. Vielleicht hat er das im Hintergrund. Möchte ich mich nochmal entschuldigen dafür. Dafür. So, Schwetschke 90. Dem folgen wir jetzt mal. Spring. Spring, 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 spring. So. Granate und Flash springen. Ich denke mal, das reicht eigentlich. So. Jetzt können wir sicher nach unten. Und wir können den Gegner mit dem Messer ausschalten. Aber das war auch eine Wunschvorstellung von mir. Ich denke mal, der ist noch da unten irgendwo. So, der ist da hinten irgendwo. Nicht mit mir. 250 Punkte Zahltag. Wunderbar. Aber da hat mich der Anubi 1S schon weggefetzt. So, Skorpion einpacken erstmal. Oh Mann, oh Mann. So. Das war's dann eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. Ich sage nur, see you later. Alligator. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.